Wie sieht's aus mit den Indizes? Was können Sie, was dürfen Sie noch machen? Womit müssen wir als nächstes rechnen? Ihr seht schon an meiner Zeichnung ein bisschen farbenfroh. Ich habe hier mal ein paar Linien eingezeichnet. Ihr erkennt an der Farbe der Linien, so machen wir das. Wir haben das bewusst ein bisschen farblich so einsortiert. Rot sind typische Retracements, also quasi beim DAX. Wenn wir hier das uns angucken, machen wir uns mal groß. Das haben sich viele gewünscht, damit es ein bisschen besser zu sehen ist. Die erste Bewegung, das ist die Gegenbewegung. Die rote ist die 61 Achtermarke. Ich habe die anderen schon mal rausgelöscht. Da sind wir ja schon durch. Wir haben eine gelbe Marke. Gelb ist eine Symmetrie, also quasi diese Länge nach der Korrektur noch mal angelegt beispielsweise. Und wir haben eine blaue Linie, hier eine dünne, da oben noch mal so ein bisschen alleinstehend eine. Das ist quasi diese Gegenbewegung noch mal gemessen als überschießende Marke über das letzte hoch hier. Und damit haben wir etwas, was wir ein Cluster nennen. Also ein Zusammenschluss verschiedener Marken. Manch einer sagt sich noch, Mensch, da haben wir doch auch noch dieses Zwischentief hier. Ja, da gibt sicherlich noch einige Gründe. Einige gucken vielleicht hier noch auf die Hochmarken. Aber ich denke mal ungefähr in diesem Bereich, machen wir mal das alles hier noch mal weg. Hier in diesem Bereich haben wir auf jeden Fall eine Chance für einen Dreh. Ja, wieso denn Chance für einen Dreh? Wir wollen noch eine Chance für nach oben. Ja, tatsächlich, ich kann auch sagen, die Gefahr eines Drehs in diesem Bereich. Es ist nicht gesagt, dass das immer passiert. Aber wenn wir so etwas haben, was doch sehr korrektiv hier aussieht und wir dann in so ein Cluster auch noch reinkommen, ist die Chance für einen Dreh sehr groß. Wer sagt, habe ich noch nie gesehen. Schaut euch mal den Euro an. Das ist ziemlich genau das gewesen, was wir hier haben. Ich habe hier zwar keine Clusterzeichnung mehr drin. Oder guckt euch Gold an. Das ist hier diese Geschichte. Auch ebenfalls hier so ein Cluster. Die Chance ist da. So, wohlgemerkt. Chance heißt nicht, dass es so passiert. Wir müssen jetzt hier genau drauf gucken, mit was wir hier es zu tun haben. Aktuell haben wir eine starke Abwärtsbewegung. Ja oder nein? Und wenn wir mal so einen kurzfristigen Chart angucken, ist das noch relativ übersichtlich. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass der amerikanische Markt einen großen Einfluss auf das Geschehen hat. Auch beim Dow Jones zum Beispiel haben wir dieses Cluster. Also hier ebenfalls, ihr seht das, die starke Abwärtsbewegung, die aktuelle Gegenbewegung, hier diese Marke, als einen möglichen Widerstand. Also jetzt genau drauf gucken, ob der Kurs hier tatsächlich dreht oder nicht. Nur wenn der Markt jetzt weiter nach oben geht natürlich. Das ist nicht unmöglich. Machen wir mal hier das nochmal weg. Es ist nicht unmöglich, dass er hier weiterläuft. Dann die nächste Korrektur nochmal für die Longseite. Und dann sind wir wieder in der klassisch fünfwelligen Struktur. Wir sind aber jetzt in einem Bereich, wo genau diese Entscheidung gefällt wird. Ob das jetzt gar aus ist und der Kurs als nächstes nach unten wiederkommt, als Verlängerung dieses vorderen Abwärtsteils. Oder dass der Kurs sagt, naja, wir gehen noch weiter nach oben und sind dann eben in diesem bullischen Bild. Daran sieht man, dass es durchaus Marken gibt im Chart, die geeignet sind, so eine Art Vorurteil sozusagen zu bilden. Und das ist vielleicht ein ganz guter Begriff dazu. Es ist nicht mehr als das. Es ist kein Beweis, dass jetzt dieses oder jenes passiert. Aber an diesem Bereich können wir jetzt sehen, was der Markt voraussichtlich als nächstes zu tun gedenkt. Sprich, wenn die Marktteilnehmer extrem bullisch sind, werden sie sich an diesen Marken nicht aufhalten. Wenn sie eh zaudrig sind, kann man eh nichts mitmachen. Dann ist die Chance groß, dass der Kurs da dreht. Für uns Intraday-Händler ist es jetzt also spannend, mal im kleineren Zeitfenster zu gucken. 15 Minuten, 5 Minuten, 1 Minute, wenn ihr wollt. Dass wir mal eine scharfe Abwärtsbewegung bekommen, wackelig hoch, dann geht da noch mehr. Wenn ich mir jetzt diesen letzten Teil mal angucke, den wir hier hatten. Die letzte Abwärtsbewegung. Komm, gehen wir mal auf Minute. Machen wir mal hardcore-mäßig. Ihr müsst es ja nicht handeln auf Minute, aber man kann es schön gucken. Das ist der Hochpunkt gewesen. Und jetzt guckt euch mal die Abwärtsbewegung an. Ist sie impulsiv oder ist sie korrektiv? Als erstes checkt einfach mal die Gegenbewegung. Und je mehr die Gegenbewegungen überschneidend sind, desto korrektiver ist das. Das heißt, diese Abwärtsbewegung, die wir da haben, ist nicht wirklich ein Klassiker für, da geht noch massiv was nach unten. Vorsichtig, wir sind im Minutenchart. Wenn ihr das Video anguckt, ist diese Geschichte fast schon vergessen. Aber ich möchte, dass ihr seht, dass das nicht irgendwie was Außergewöhnliches und auf eine Zeitebene, das könnt ihr eigentlich immer wieder so sehen. Schaut euch an, wo habt ihr die starken Bewegungen, wo habt ihr die schwachen und dann könnt ihr in etwa euch daran orientieren, in welche Richtung ihr eben handeln wollt. Sprich, wenn wir, bleiben wir, gehen wir aber nicht ins ganz kleine Bild, wenn wir jetzt wirklich sagen, ja die Abwärtsrichtung hat jetzt eine Chance, weil Cluster war ja hier. Der Teil sagt noch nicht verkaufen. Der sagt noch nicht Short-Game. Vielleicht geht es noch ein bisschen höher und anschließend im Schub runter, wackele ich nach oben, dann haben wir die neue Chance. Der sagt, in diesem Moment noch nicht. Also, ihr könnt auch auf Minutenbasis, ihr könnt das gleiche Spiel natürlich auch im 10 Minuten oder 15 Minuten Chart, im Halbstundenschart machen. Sucht euch eine Uhrzeit, also eine Zeiteinheit raus, die für euch passend ist. Wenn ihr da dieses Bild seht, dann wisst ihr, okay, da schlage ich jetzt zu. Seht ihr dieses Bild da nicht? Dann wisst ihr, nee, ist noch nicht die Wende. So, das gilt natürlich für die anderen Indizes ebenfalls. Ich habe hier jetzt mal die bullische Ausprägung gemalt, dass wir hier sozusagen eine 1, 2, 3, 4, 5 haben und dann dieses Wackelige. Ich weiß nicht, welches von den beiden kommt. Ich weiß aber ganz sicher, dass wir im Moment in der Nähe dieser Widerstandsmarken hier sind. Das heißt, der Markt ist jetzt sozusagen in der Entscheidungsfindung, sich für das eine oder für das andere eben zu entscheiden, also sprich für die bullische Seite oder nicht. Also hier jetzt genau drauf gucken, hier jetzt genau drauf gucken. Im Moment sieht das noch nicht so doll aus, die Abwärtsbewegung. Noch viel zu überschneidend, noch viel zu korrektiv, als dass man sagen kann, jetzt ziemlich sicher die Abwärtsseite nochmal. Nasdaq sieht ein bisschen intensiver aus, sagen wir mal so. Wir haben sogar aktuell hier noch eine Bornbar-Situation, also auch nochmal etwas, was gerne für eine Wende oder eine schnelle Fortsetzung spricht. Also hier war es eine schnelle Fortsetzung, hier der war auch eine schnelle Fortsetzung. Also entweder eine schnelle Fortsetzung oder aber eben die Wende, also in diese Richtung. Also insofern ist in diesem Fall sind diese Indikationen sozusagen, die wir damit haben, ebenfalls andeutend für die Richtung. Ich will die Bornbars jetzt in diesem Video nicht groß anbringen. Mir geht es jetzt mehr um das Verlaufsmuster. Ich werde dazu nochmal vielleicht einen extra Beitrag machen. Im YouTube-Channel von mir ist das sowieso schon beschrieben und kommt in Kürze auch eine neue Serie, wo ich dann die ziemlich haarklein erkläre für alle. Aber das jetzt mal als Idee vorsichtig. Der Markt ist jetzt, heute Nachmittag, vielleicht auch noch heute Abend, möglicherweise auch noch in den morgigen Tag rein, an einer spannenden Wendesituation. Und viele wissen, am Freitag gibt es die US-Arbeitsmarktdaten. Es kann sein, dass der Markt sich noch möglichst unauffällig im Umfeld hier aufhalten will, bis dann die Daten rauskommen, die Nachrichten rauskommen, um dann eben in die eine oder andere Richtung zu explodieren. Ob er so lange stillhalten kann, werden wir sehen. Aber eine Idee wäre es jetzt mal zumindest. So gut, insofern erstmal spannende Situation jetzt. Wie gehen wir als Händler damit um mit so einer Geschichte? Ich habe es eben eigentlich schon erzählt, gar nichts großartiges Neues. Immer dann, wenn der Markt jetzt eine scharfe Abwärtsbewegung macht, boah, okay, und das kontert mit einer möglichst korrektiven, entweder mehrfach wackelnd mit Kursüberschneidung oder von mir aus auch alternativ mit etwas, was dann A, B, C ist. Das Ganze triggert dann die Fortsetzung, in dem Fall nach unten. Hier haben wir das Pendant nach oben, eine relativ scharfe Aufwärtsbewegung, eine A, B, C nach unten. Das Ganze triggert die Fortsetzung nach oben. Ja, es ist natürlich schön, wenn das möglichst deutlich ist. Hier ist es so ein bisschen pseudomäßig, wobei auch noch fünfwellig, 1, 2, 3, 4, 5. Manchmal ist es einwellig. Hier ist es vielleicht ein bisschen fraglich aktuell. Deshalb, wenn ich mir was wünschen darf, finde ich es natürlich schöner, wenn er es deutlicher macht. Aber im Zweifelsfall, wenn er neu startet, ein neues Hoch, neu diesen Versuch macht, ist es ja durchaus in Ordnung, da die Position zu eröffnen. Alternativ macht ihr jetzt eine sehr schön deutliche Korrektur, dann ebenfalls die Short-Seite. Also ihr seht, wie wir uns da in etwa vorbereiten. Ja und Long, keine Chance? Doch, natürlich auch. Jedes Mal, wenn der Kurs jetzt von einem Tief wieder eine starke Aufwärtsbewegung macht, anschließend so eine A, B, C wie hier vorne, irgendwie sowas in der Richtung. Fortsetzung nach oben, Erwartungshaltung, dass das noch ein gutes Stück weiter nach oben geht. Also richtungsseitig sind wir offen. Der Markt darf das entscheiden. Ich weiß als Händler nicht, welche Richtung der Markt geht. Ich weiß aber, an welchen Stellen ich mich dann doch in die eine oder in die andere Richtung marktseitig eben stelle. Das, was wir im 5-Minuten-Chart angucken, gilt natürlich im großen Chart ebenfalls, wenn das Bild tatsächlich so in Kürze aussieht. Und anschließend kommt der Markt hier runter. Dann haben wir einen wunderschönen Long-Trigger, um dann entsprechend da wieder mit einzusteigen. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Viel Erfolg bei euren eigenen Entscheidungen. Liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.